Ja, das klappt. Ich hoffe, dass ich gerade reingekommen bin. Komplett. Okay. Was soll denn noch denn? Weiß ich nicht. So. Kommt ihr auch? Kommt ihr raus? Kommt ihr raus? Kommt ihr raus? Kommt raus? Kommt raus? Jetzt bleibt es auch. Ja, zeigt auch. Was soll ich das machen, so eine Stipps? Set up. Install. Ich würde gerne Farbe wechseln, aber es geht leider nicht. Achso, ja, passt schon. Das muss schon besser sein. Wäre schon kaum. Ich glaube, er ist schon kaum. Ich glaube, er ist schon kaum. Ich bin schon kaum. Du dritt' ich im Hubsack. Ich muss einfach lieber mal laufen. Achso. Ich verstehe nicht, muss ich eine Sache nur über den Arm. 80 geht doch, geht doch, guck mal auch geschafft kann ich den Abschluss kalibrieren? paint, ja, paint kann ich machen ich brauch bestimmt das Erweiterungsding für den da das Wall Boost muss ich machen das habe ich schon das habe ich auch das ist noch nicht freigegeben das nächste was freigegeben wird ist Farbe nein hat leider das letzte gehabt im Wohnzimmer und im Ofen so ich muss da vorbei dann muss ich da Boost machen da Boost machen oh Gott 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 eins eins zwei drei viermal Boost ok, ist schon klar großartig das heißt wenn man also kleine Wege angreifen das ist die Großen hier ich muss nach da versuchen da der was größer ist so und ein bisschen mehr Schwung glaub ich müssen wir hoch haben so ein bisschen äh Soll ich den Zäume noch machen? Jetzt schwarz. Soll ich ein bisschen Boost haben, ne? Boost war mit... Boost war mit... Boost war mit was war... Das ist die Anregel. Soll ich den Zäume des Zäume des Zäume des Zäume des Zäumees noch nicht umsuchen? Das ist ja nicht richtig, sondern es ist ja... Ist das denn? Soll ich jetzt schon die Farkate in den Koffer machen? Nein. Wollte ich das noch nicht vergessen? Hallo Arus. Hallo. Hallo Arus. Hallo Arus. Hallo Arus. War ich da jetzt? Nein. Wo ist das jetzt? Da. Ja. 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 Wie kann ich denn da nicht lenken? Mist, der Letzten bleibt neben, ne, der Vorletzten bleibt eigentlich. Komm mal nachsuchen. Ja, es hat uns geklappt. Ja, es hat uns geklappt. Ja, es hat uns geklappt. Kommt ab, wie alt. Ja. 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 Gehen Ich denke, da bin ich ja eben. Ich komm wieder hin. Hä, ist schwierig. Ich will Farbe ändern. Komm mal hin. Nochmal. Boah, ist alles schon mal gut, aber... Ich muss die Glocke vorbei angehen. Ich muss die Glocke bleiben... Es ist langsamer. Es ist langsamer. Es ist langsamer. Es ist langsamer. Ja, war ja. Ich muss die Kirche in den K suppen. Ich habe die Kirche im Fluss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Come on, Stahlens. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Schafft, geschafft, geschafft, doch geschafft, jetzt kann ich meine Farbe ändern, von diesem Ding. Dahlia ist gut. Kratzt. Ich brauche nichts. Ladekabel, Ladekabel, Tablet, mein Handy, das ist einfach an mein Hausnacht drin. Ladekabel, 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 Ladekabel. Blau haben. Blau. Äh, was machst du da? Ja, jetzt ist es laut. Ich habe schon alles mögliche drin. Ich habe schon Richtdüsen drin. Ich habe ein Kontrollding drin. Einen extra Tank habe ich auch drin. Und jetzt kommen Batterien als nächstes. Und Farbe habe ich drin. Ganz so blau. So, 42 Minuten, das reicht. Ich habe noch ein anderes Spiel für euch. Ich mache kurz reingucken. Aber das reicht erstmal. Gut. Also mir gefällt das Spiel gut. Das ist ein bisschen schwierig teilweise. Aber es macht Spaß. Auch wenn es einfacher ist. Aber es macht Spaß. Trotzdem. Und ich sage mal bis später dann. Jups. Und bedankt für die Zuschauer. Das war jetzt Gravity Vector. Um immer zu sein. So. Ich stoppe mal kurz die Aufnahme. Und dann stehen wir später wieder. Bei den nächsten Spielen. Und zwar ist es ein Aufbauspiel. Es war E-Sports Aufbauspiel. Ich möchte ja jetzt sehen, was es genau ist. Lass mich überraschen. Gut. Dann bis gleich. Oder so ähnlich. Stimmt. Stoppen.